Trotz aprillaunischem Wetter hatten am Samstag viele Besucher den Weg in das Autohaus Mosig im Industriegelände in Hoyerswerda gefunden. Sie waren der Einladung zum Frühjahrsfest gefolgt. Zeit, um genauer hinzuschauen oder eine Probefahrt zum Beispiel mit einem elektrisch angetriebenen Modell zu unternehmen. Es gab zahlreiche automobile Schnäppchen zu machen. Vorgestellt wurde im Mehrmarkenhaus auch der jüngste Spross der Nissan-Familie.